Moin zusammen, hier ist wieder der Tim von Barefoot Products und wir waren gerade auf dem Weg zum Schießen in unseren hauseigenen Parcours und ich habe mir meinen Bogen geschnappt und dann ist mir was aufgefallen, dass wir coole neue Bogenköcher planen und wir haben gedacht, bevor wir zum Schießen gehen, zeige ich euch die schnell. Ich persönlich benutze einen zum Anschrauben, unseren Bogenköcher in schwarz. Ihr seht auch an der Jacke, mir gefällt schwarz ganz gut. Grundsätzlich bin ich ein riesen Fan von Bogenköchern, weil man muss einfach weniger mit sich rumschleppen. Das Mittelteil wird ein bisschen schwerer und mir gefällt es ganz gut und wir haben uns überlegt, ich zeige ihn euch nochmal, Screw-On zum Festschrauben, also wenn ihr einen Botnik Bogen habt, wo ihr wollt, dass er die Garantie behält und ihr wollt mal einen Bogenköcher zum Anschrauben, meldet euch einfach bei uns und wir kümmern uns drum. Jetzt ist aber schwarz eine ganz coole Farbe, aber es gibt natürlich noch mehrere schönere Farben und die zeige ich euch. Was ihr wissen müsst ist, jede neue Farbe, die ich euch jetzt zeige, gibt es einmal zum Strap-On, also einmal zum Rumbinden und einmal zum Anschrauben. Und zwar, ich zeige euch immer zwei auf einmal. Wir haben einmal, der Mohawk kommt zur Seite, wir haben einmal einen Yellow-On-Brown, also ihr seht gelb in der Mitte, Braun ist die Grundfarbe und das ist ein richtig schöner Bogenköcher. Einmal Braun-On-Green, also Braun auf Grün, gibt es einmal zum Anschrauben und einmal wie jetzt hier zum Strap-On, also einmal zum selber ranmachen. Ich finde es krass, die sehen richtig, richtig schön aus, vor allem der ist so ein kleines Highlight von mir. Und dann haben wir noch zwei andere Farbkombinationen, also für alle, die sagen, Farben sind cool, aber zu viel Farben muss auch nicht sein, haben wir so ein bisschen eine ruhigere Variante entwickelt und zwar einmal Brown on Black, also ich habe ja den in komplett schwarz, gibt es jetzt mit Braun und einmal Gray on Black, also Grau auf Schwarz. Also für alle, die so ein bisschen auf Understatement setzen, sind das auf jeden Fall die zwei richtigen Bogenköcher. Immer daran denken, einmal zum ranmachen und einmal zum ran schrauben. Wenn ihr mich fragt, ran schrauben ist immer die bessere Alternative, weil das Ding sitzt bombenfest und wenn wir das für euch machen, verfällt auch unsere Garantieleistung nicht. Habt einfach Spaß mit dem Bogenköcher, bringt ein bisschen Farbe zum Bogenschießen, tut uns allen ganz gut und wir gehen jetzt schießen.